Herzlich Willkommen beim Herzblatt hier von IMP TV. Wir haben sechs wunderbare Metalheads für euch und sind gespannt, wer euer Favorit ist. Wer kann euer Herz erobern? Wer kann euch in Wallung bringen? Votet am Ende, welcher der sechs Kandidaten euer Favorite ist. Los geht's mit dem schüchternen Schubert. Los geht's. Ich hab nur noch ein Bier, aber das würde ich mit dir teilen. Oh mein Gott, ist Schubert eventuell euer Herzblatt? Schreibt es uns in die Kommentare. Und weiter geht's direkt mit der hitzigen Hallelohre. Ich habe das neue IMP-Magazin. Komm, du darfst dir was aussuchen. Oh, Honey, Honey, hat sie euer Herz erhobert? Schreibt es gerne in die Kommentare. Weiter geht's aber jetzt mit dem knittrigen Karl, Bühne frei. Ich liebe dich noch mehr als Lemmy. Oh Mann, oh Mann, Karl. Das war aber jetzt schon ein bisschen gewagt. Wenn er euer Herz erobert hat, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und wir haben schon die nächste Kandidatin für euch. Hier ist die rüstige Ronja. Ich weiß, wie sehr du Rammstein liebst. Deshalb habe ich fünf Stunden in der Warteschleife fürgebracht. Wir haben zwei Tickets. Und weiter geht es schon mit der nächsten Kandidatin, die freudige Fidi. Ich habe ein Geschenk für dich. Mötsch, deine Lieblingsband. Oh, war sie nicht ein tolles Herzblatt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Aber einen haben wir noch. Jetzt für euch der starke Stefan. Für mich musst du keine Luxusklamotten tragen. In Bandshirts siehst du für mich am schönsten aus. So, liebe Leute, kommen wir nun zum Finale. Wir sind gespannt, wer euer Herzblatt sind. Hier sind nochmal alle Namen aufgelistet. Schreibt es uns in die Kommentare und wir sind gespannt, wer gewinnt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, denn dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ein neues Video online geht. Wir sind Matt und Jenny. Und wir sind raus. Ciao. Ciao.